Jo, ich bin da. Ich bin da, ihr könnt rauskommen. Kommt bitte raus. Na? Okay. Das ist Fabian. Der Sommer ist da, meine Freunde. Kannst trinken. Pass auf Inlineskater. Ich bin dick, ich wollte mit meinen Inlinern auf der Straße fahren. Gut, fahren wir jetzt. Willst du Dennis die Karten holen? Für die Euregio. Dann holen wir Markus ab. Eigentlich gar kein Bock auf Markus. Ich hasse Markus. Ich hasse den wirklich. Ich finde der ist doof. Schau jetzt neue Bremsen. Und... Och Gott Leute, warum fahrt ihr alle so langsam? Oh, hier ist der Flipper Verein, ah? Ja. Meinst du, die haben wirklich einen richtigen Delfin da drin? Ich muss bremsen, aber zum Glück habe ich neue Bremsen. Gar kein Thema. Seht ihr? diesen Todeskirch. Red Bull. Einfach nur super erfrischend. Oh, zum Glück kann ich spontan bremsen. Da hatten wir aber Glück. Fickt euch. Tschö. Gute Hause. Kann man hier parken? Ja. So oft wird hier nicht abgeschleppt. Oh, hab ich mich erschrocken. Guten Tag. Hallo. Markus? Ja? Wir sind's. Hallo Markus. Hi. Scheiße, dass ihr keinen Sprudel mehr habt. Ich hätte nämlich voll Wurst. Ja, das ist... Das ist meine Wohnung. Komm, ich mach gleich den Crips. Komm mal mit. Da ist unser Klo. Das ist aber echt ein guter Duschkopf, ne? Kann man da scheißen? Ein bisschen. Hast du extra aufgehört? Ja, ja. Hier ist Mutter Wäsche. Bist du so ein Sniffer? Ein bisschen so, ja. Aber das ist mein Gesangstück, da musst du mal den Fokus drauf halten. Wie? Bist du Meister? Passt. Hast du sonst noch irgendwas, was du uns zeigen könntest? Das ist mein Spielzimmer hier. Das ist eigentlich mein ganzer Stolz. Hier stinkt's ein bisschen nach Ficke drinne. Ich spiel was game, oder? Time Attacker ist das. Ich bin Soldat. Cool. Wollt ihr meine Waffen mal sehen? Ja. Du hast sie versteckt? Hast du die versteckt vor der Polizei, oder warum hast du die? Ja, hab ich mal. Ich hab noch eine ACR. Die bin ich auch sehr schlecht. Hast du auch ACE? Die hab ich auch noch. Die ist mein ganzer Stolz. Nimm nochmal. Das ist schwer auch. Ja, denn du kannst ruhig die mal halten. Ja, das ist auf jeden Fall, das ist mein Heich. Hier oben war schon noch eine ACR drin. Das ist, wenn eine Zombie-Scheiße passiert, dann bin ich da. Ja. Chippichippi. Wow. Ja. Micropeles nicht ansprechen, oder was? Nee, nee. Lass mal. Nice. Das Ding ist, das ist zwar Leder, aber das ist so steig. Ich würd die Uhr noch rausholen. Ja, ja, ja. Ich 궁금isch. Insurance. Ja. Ja, 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 ja.